Hallo und herzlich willkommen zu diesem FCG Kids Online-Gottesdienst. Wir freuen uns richtig doll, dass du heute wieder eingeschaltet hast und wieder mit dabei bist. Heute wollen wir über das Thema reden, Liebe, wie man Liebe zeigen kann. Oder wie man spürt, dass einer einen liebt. Lisa, wie ist das denn bei dir? Woran merkst du, dass du geliebt wirst? Also ich merke das, wenn jemand was für mich macht, wo er weiß, dass ich das gerne mag. Ich trinke total gerne Kaffee und wenn jemand zu mir hinkommt und sagt, Lisa, ich habe für dich einen Kaffee gemacht, dann merke ich daran, da hat jemand sich Mühe gemacht für mich. Wie ist das bei dir? Also ich merke das, wenn mir einer liebe Worte sagt. Zum Beispiel, wenn ich was richtig gut gemacht habe oder auch wenn ich traurig bin. Und eine ganz besondere Liebe, die merke ich seit heute 14 Jahre lang schon. Weil wir nämlich heute 14 Jahre lang ein Paar sind. Überraschung. Dankeschön. Aber wir wollen mit euch noch über eine ganz besondere andere Liebe sprechen. Und dazu gibt es später auch noch eine Geschichte in der Bibel. Vorher wollen wir aber euch noch die Frage stellen. Wie merkt ihr, dass ihr gelebt werdet? Denkt doch mal über diese Frage nach und bespricht das einfach mal mit eurem Mama und eurem Papa und euren Geschwistern. Woran ihr merkt, dass euch einer lieb hat. So und bevor wir jetzt so richtig mit der Geschichte starten, haben wir noch ein Spiel für euch vorbereitet, was hier aufgebaut ist. Letztes Mal haben Arne und Annika ja schon mit euch ein Toiletten-Challenge-Spiel gemacht. Und das dachte ich, das ist eine gute Idee. Da knüpfen wir doch gleich dran an und man nimmt etwas, was man zu diesen Zeiten so sowieso im Vorrat zu Hause hat und macht ein Klopapier-Spiel. Genau. Die Challenge ist es jetzt, dass wir den Becher so schnell wie möglich ranholen wollen zu unserem Klopapier. Dabei aber ganz wichtig, dass wir nicht das Wasser verschütten. Wer am schnellsten den Becher hier hat, der hat gewonnen. Aber wer Wasser verschüttet hat, der hat leider verloren. Okay, wir legen jetzt mal die Mikros aus der Hand. Mit zwei Händen kann man besser rollen. Auf die Fläche. Fertig. Los. Na andersrum. Ey, 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 ey. Hahaha, nein! Tadadam. Ja. Oh, hier ist sogar Wasser verschüttet. Lisa hat gewonnen. Schade, schade Marmelade. Wir möchten jetzt euch eine Geschichte aus der Bibel erzählen. Und dafür gehen wir jetzt mal so 2000 Jahre gedanklich zurück. Und das ist die Zeit, in der Jesus schon erwachsen war und schon einige Wunder vollbracht hat. Er hat so zum Beispiel gerade erst 5000 Leute satt gekriegt mit nur fünf Broten oder zwei Fische. Oder waren es zwei Brote und fünf Fische? Das könnt ihr ja nachher nochmal in eurer Bibel nachschlagen. Jesus war also aktiv, hat sich schon gezeigt, hat Wunder vollbracht. Und jetzt gerade, also vor 2000 Jahren, also jetzt in diesem Moment, ist er im Nebenraum zu Besuch bei Martha und Maria. Und erzählt ihnen von seinem großen Gott im Himmel. Entschuldigung. Also, wo war ich stehen geblieben? Jesus sitzt bei Maria und Martha und erzählt ihnen, wie groß und wie genial unser, Entschuldigung, wir sind hier mitten in einer Aufnahme, also wirklich, also bitte. Ähm, hallo. Was? Oh, hallo, Entschuldigung. Ich habe dich gar nicht gehört. Komisch. Okay, äh, ich bin ganz aus dem Konzept. Wir sind hier doch mitten in der heftige Kidsaufnahme. Und ich möchte gerade erzählen, wie Jesus bei Martha und Maria sitzt. Und jetzt, jetzt, hallo. Entschuldigung. Äh, ja. Wer bist du denn überhaupt? Ich? Äh, na, ich bin doch Martha. Ich bin doch, ich, weißt du das denn nicht? Jesus ist in meinem Haus zu Besuch. Jesus. In meinem Haus. In meinem Haus? Oh nein, hier muss noch, oh, hier muss noch ganz viel geputzt werden. Ich bin überhaupt noch nicht fertig, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oh, es ist noch so viel zu tun. Das Wasser habe ich jetzt schon geholt und, äh, Staub gewischt habe ich auch schon überall, wo es wirklich dringend nötig war. Und, äh, ja, jetzt muss ich noch fegen und dann muss ich aber noch kochen und Fenster putzen, äh, die Wäsche machen. Hast du denn keinen, der dir hilft? Ja, das wäre so gut, wenn ich jemanden hätte, das habe ich nämlich auch gedacht. Meine Schwester Maria, weißt du, Jesus ist da und sie sitzt einfach nur da und hört ihm zu. Anstatt mir zu helfen. Du siehst ja, wie es hier aussieht. Es wäre so dringend nötig, dass, dass mir hier jemand hilft. Aber sie sitzt einfach da und hört Jesus zu. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich werde jetzt einfach mal hingehen und werde einfach mal gucken, was Jesus dazu sagt. Wow, da wollte ich euch gerade die Geschichte erzählen. Plötzlich läuft Martha hier durchs Bild. Da sind wir gedanklich ja ganz gut 2000 Jahre zurückgegangen. Also, Jesus ist da. Martha macht die ganze Arbeit. Maria sitzt nur rum. Die könnte ja auch mal was machen. Die könnte ihr ja auch mal zur Hand gehen. Denn schließlich ist das auch eine Art, wie man Liebe zeigen kann. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was Jesus zu Maria sagt, wenn Martha das Jesus noch mal so aufzeigt. Jetzt bin ich zu Jesus hingegangen und habe ihm das gesagt. Und ich bin hingegangen und ich wollte gerne, dass Jesus zu Maria sagt, sie soll mir helfen. Ich bin hingegangen und habe gesagt, das ist doch Unrecht, dass nur ich hier die ganze Arbeit machen muss und sie einfach nur da sitzt und ihm zuhört. Und was hat er gesagt? Also, was anderes, als ich erwartet hatte. Er hat zu mir gesagt, Martha, du kümmerst dich hier um alle Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, aber Maria hat erkannt, worauf es wirklich ankommt und das möchte ich ihr nicht nehmen. Kleinigkeiten? Aber was hat Maria denn erkannt? Wahrscheinlich hat sie erkannt, dass es wichtiger ist, auf Jesus Worte zu hören und nicht nur darauf zu gucken, welche Arbeit noch zu tun ist. Aber den Haushalt machen, Essen besorgen, Trinken besorgen, alles sauber machen, das ist doch auch wichtig. Ja, aber wahrscheinlich ist es noch wichtiger, einfach nur auf das zu hören, was Jesus sagt. Uns Zeit dafür zu nehmen, zuzuhören, was Jesus sagen möchte. Was machst du jetzt? Ich werde jetzt zu Jesus hingehen und ihm auch zuhören. Wow! Okay, gehen wir mal wieder zurück ins Jetzt. Fassen wir mal zusammen, was wir bis jetzt gelernt haben. Es gibt viele verschiedene Arten, wie wir Liebe zeigen können. Aber es geht vor allen Dingen auch eine Art und Weise, Liebe zu zeigen, jemandem zu helfen. Ich glaube nicht, dass die Geschichte aus der Bibel uns zeigen soll, na, Hilfen ist nicht so wichtig. Das ist definitiv auch wichtig. Aber was wir aus dieser Bibelgeschichte für unser Leben lernen können, ist, dass bei Jesus zu sein, das Allerwichtigste ist. Zeit mit Jesus zu haben, ist viel wertvoller als alles andere. Und Maria hat Jesus Zeit geschenkt. Sie hat ihm gezeigt, du bist mir so wichtig. Es gibt nichts Wichtigeres, als Zeit mit dir zu verbringen. Und davon können wir uns eine Scheibe abschneiden. Daran können wir lernen. Wir können Leuten Zeit schenken und vor allen Dingen aber auch, können wir Jesus Zeit schenken. Das ist eine wirklich tolle Sache und wir möchten dich ermutigen, heute und in den nächsten Tagen dir bewusst einfach mal zu überlegen, Wie kannst du anderen Zeit schenken und ihnen dadurch zeigen, dass du sie lieb hast? Wie kannst du deiner Mama und deinem Papa helfen? Vielleicht, dass du die Spülmaschine ausräumst oder dass du deinen Geschwistern ein Buch vorliest, was mit ihnen zusammen spielst. Wie kannst du Zeit mit Gott verbringen? Vielleicht, indem du ein besonders tolles Lobpreislied hörst, was du gerne magst. Oder indem du dir Zeit nimmst, eine Geschichte in deiner Bibel zu lesen. Vielleicht die von Martha und Maria. Oder vielleicht die von den 5.000. Ja, vielleicht kannst du auch einfach einen Spaziergang machen und hören, ob Gott vielleicht was persönlich zu dir sagen möchte. Also wir fordern dich heraus. Zeig Liebe, indem du Menschen Zeit schenkst und versuch Gott zu finden. Versuch Zeit mit Gott zu haben und schenk Gott deine Zeit. Ich möchte noch mit uns beten. Wir falten die Hände, das ist dann super, dann können die keinen Quatsch machen. Und wer es schafft, die Augen zuzumachen, der darf das jetzt auch tun. Und wir konzentrieren uns jetzt auf unseren Gott. Vater im Himmel, danke, dass du die Liebe in Person bist, dass du uns liebst und dass du uns so viele hammer, tolle Geschichten in der Bibel schenkst, an denen wir lernen dürfen, wie wir heute leben können und wie wir gute Dinge tun können. Danke, dass du uns zeigst, dass Zeit mit dir das Wichtigste ist. Danke, dass du uns zeigst, dass Zeitschenken wertvoll und eine ganz tolle Art und Weise ist, Liebe zu schenken. Hilf uns allen, jetzt in der nächsten Woche das in unserem Leben umzusetzen. Führ uns in Situationen hinein, wo wir Freunden oder Familienmitgliedern oder jemanden, den wir lange nicht mehr getroffen haben, Zeit schenken und Liebe schenken können. Und hilf uns dabei, vor allen Dingen dir, Herr Jesus, unsere Zeit zu schenken. Und gemeinsam sagen wir Amen. Wir wünschen euch den Frieden und den Segen Gottes für die nächste Woche. Schaltet auch nächste Woche wieder dabei und schaltet ein. Macht's gut. Tschüss.